Hallo, es geht weiter Mit Smash! Und nicht gegen den fucking Nest, ich bin so happy Jetzt ist Eagle gegen Dino Ja, und egal wie es jetzt weggebumst wird Es ist kein gegen Nest, es ist alles in Ordnung Ja, ich bin auch geil, Schauber! Ich kann schnell sein, ich bin Sonic, ich bin cool Das Thema Yoshi hat mehr schonmal Nur diesmal hoffe ich, dass ich die besseren Karten habe Echt? Stimmt, ich habe schon bei Yoshi gespielt gehabt Und da war so eine Greninja Ne, war das nicht sogar gegen Barrio? Stimmt, warte Wo? War Greninja gegen Barrio? Keine Ahnung, Aua! Alter Nein Nein Was bewegt sich Sonic so dämlich? Aua Uh Uh Jetzt habe ich dich gebumst Schade Das sollte der eigentlich nicht machen Nein Nein Halt! Hahaha Ja, okay Easy, hu hu Nein, nicht mehr du Warum kann ich nicht hüpfen? Hm Warte, Sonic's Uptilt? Ah, ich habe aus Ultimgrund Sonic's Uptilt und seinen Smash verwechselt Keine Ahnung, wie ich da raufkomme Badadadada Uh Ah, ja Ich habe ja Ich habe ein Smashes Hahahaha Also die nicht Die von Megawelt sind Die keinen 100 Millionen Lack haben 100 Millionen Lack Ich spreche in Deutsch Äh, Deutsch ist schwer, musst du wissen Ist echt so Alles klar, alles klar, alles klar Ich habe schon verstanden Ja Sowas wird hier nicht toleriert Ich verstehe schon Egal Huch Nein Du warst auf der anderen Seite Nein Du bist auf der anderen Seite Jetzt aber Ich dachte Dann halt nicht Hm, hm Huhhu Fuck Bester Tack im Spiel Alles klar Huch Oha Ballon mit Sonic Am Ballon-Kartistag. Hm. Wann ist eigentlich der richtige Ballon-Kartistag? Hm. Ab dem Tag, wo dieses Match hier rauskommt natürlich. Ach so, du hast recht. Ja. Alles schon vorgeplant. Fuck. So. Scheiß Back Air. Fuck. Arschbombe auf Doom. Nee. Moment. Hä? Ich hab's kapiert. Einfach. Nein. Nein, wie springt der hoch? Ach, böses Bock. Einfach smashen. Ich hab schon wieder so viel Damage. Bekommt es eher, Mann. Es vermehrt sich einfach. Ich bin infiziert. Warum hast du kein... Kein... Kein Virus? Nein, du bist schon infiziert. Du hast schon viel zu viel Damage. Daher kommt es. Ich weiß es genau. Fuck. Und smash. Und smash. Nein. Ich kann schon laut sagen, was ich mache. Das funktioniert irgendwie. Ja, das ist halt echt traurig. Das sind die Tactics. Hör auf mich zu verfolgen. Ich so verkackt, aber knet. Das... Wir sind beide blau und es verbindet was, ja? Nein. Wuh. Gut, bis auf die Stacheln und die Höcker sind wir beide gleich. Warum bin ich mit dem Speed von minus 12 nach unten gehüpft? Hast du es gesehen? Ja. Ja. Ich dachte, das soll ich so schnell sein. Ja, ja, du bin ich auch, Sonny. Bist du gerade beim ersten durch mich durch? Ja. Frag nicht. Ich will die sterben. Was ist da gerade passiert? Ich will jetzt gar nicht wissen. Ist mir egal, nein. Oh. Gut. Fuck. Mir gefällt der Trend gerade nicht, dass du jeden Kampf gewinnst. Ich habe die letzte Session verloren, das weiß ich noch deswegen. Lüge. Doch, natürlich. Ich weiß nicht mehr, wie viele du davon verloren hast, aber ich glaube gar nicht so viele. Na? Wäre allgemein mal gut zu wissen, mit welcher Bilanz wir sind, weil wir beide wissen wir gar nicht. Nein. Das kommt erst am Ende. Weißt du, ich style mich nicht. Ich style mich jetzt oben, jetzt hast du keine Chance mehr. Ich nehme den männlichen Yoshi. So, nee, ich trinke jetzt noch was hier. Dass ich wieder Kohlensäure habe, dass ich wieder rübsen muss, um die Videoqualität zu verschlechtern. Perfekt. Genau so will ich das doch. Das ist Qualität. So. Los geht's. Ich hoffe, du hast für Werbung im Video gesorgt, ja. What? Ja, äh. Gute Videos zu sagen. Viel Werbung. Achso, achso. Ja, ist pink. Wir sind beide männlich. Ich gewinne. Na Gott. Ich weiß nicht, wie man mit Sonic geil shit macht. Du nervst immer so. Du machst immer so. Und dann erwischst du mich einfach. Aber wenn du das machst, dann wünschst du dich nicht. Ich glaube, ich mache was falsch, wenn ich gegen dich kämpfe. Ja. Alter. Was war das? Ja. Aber mir hat's nicht gefallen. Äh. Ja, wir haben's gehabt. Pia-Tier. Jetzt kriegst du auch meine Füße ins Gesicht. Oh, man. Aua. Ey. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Du schlägst keine Tiere, ja. Du smash ich eigentlich schon wieder. Hüpf, hüpf. Easy. Warum? Danke. Ich dachte, der hält sich jetzt nicht mal dran. Schade. Ja, ich bin nicht du. Ich darf Witze machen, weil du bist gerade ein Gewinn. Also, weil du den letzten Kampf gewonnen hast. Ja. So funktioniert die Regel? Nein. Okay, dann gewinne ich halt dieses Mal, wenn's unbedingt sein muss. Scheiß, Plattform. Verpiss dich, Plattform. Mir war zu defensiv. Ich muss aggressiv sein. Scheiße. So viel tanzen. So viel tanzen. Ich will aber nicht. Ähm. Du hast drei Leben. Du bist so geizig, Mann. So. Nein. Genauso wie ich eigentlich nicht gestorben bin. Aber da ist es ein bisschen spät. Warum ist Sonic eigentlich langsamer als Chic und wahrscheinlich Bionetta und was weiß ich. Greninja. Mann. Direkt ist gerade so ein bisschen. Ja. Ich find's auch nicht cool. Ja. Ich find's auch nicht cool. Ich find's auch nicht cool. Uh. Oh. 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 Das fühlt sich so an, als wäre Sonic einfach langsamer geworden. Aber ich bin mir zu 100% sicher, das liegt daran, weil meine Hände nicht schnell genug sind. Ja gut, das kann ganz gut sein. Ja gut, das kann ganz gut sein. Oh. Scheiß. Sterne. Huh. Was? Ja gut, das war's. Jaaaa. Oh. Hoffnung. Hoffnung. Ich sag, ich muss keine Fehler machen. Das wär so. Das trau ich jetzt. Nein. Das war mein Fehler. Egal. Easy. Holy shit. Ah. Ich hab grad rausgefunden. Und ein B ist ja auch das Ding und das ist das, wo ich dann hüpfen kann, oder? Ja. Oh. Scheiße. Natürlich. Huh. Okay. Den ersten hast du gewonnen, oder? Jetzt ist es das zweite und du hast... Ja. Okay. Ah. Alter. Alter. Holy shit. Okay. Krass. Discord. Beschreibung. Mhm. Leute. Beschreibung. Alles Beschreibung. 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 Ciao. Bye.